wenn die sonne dort am himmel steht fühlt sie sich bestimmt nicht besser als der mond alles kommt und geht die wahrheit ist das leben weint und lacht ist geboren werden sterben tag und nacht seit besonnen und wachsam atomkraft spaltet die sonne fusioniert seit besonnen und lasst euch nicht spalten glaubt nicht dass ihr richtig liegt nur weil er einen anderen standpunkt einnimmt ansichten sind eben ansicht sache sehen wir uns folgendes an der italiener die italienerin sagen zum beispiel der sonne il sole die mond la luna die österreicherin der österreicher sagen zum beispiel die sonne und der mond es ist bedeutungslos eben nur eine frage des standpunktes die sonne wärmt uns liebevoll und infrarot das kann nicht falsch sein also bleibt besonnen und lasst euch nicht spalten